Wenn dein Playback in DaVinci Resolve nicht loopt, also wenn du In- und Out-Points gesetzt hast und du jetzt auf Play drückst und es einfach weiterläuft, dann liegt es daran, dass du das falsche Play genutzt hast. Und zwar solltest du zuallererst mal gucken, was dein Looping Playback Shortcut ist. Dazu gehst du auf DaVinci Resolve, Keyboard Customization und hast jetzt die Möglichkeit, hier unter Playback, Play, In rauszusuchen. Jetzt kannst du hier den Reiter Play Around 2 aufmachen und da gibt es hier das Play In To Out und da legst du dir einen Shortcut an. Ich habe hier Steuerung Space genommen, weil dann muss ich ganz einfach Steuerung Space drücken und schon loopt das Ding. Aber auch nur, wenn ich das Looping Symbol hier anhabe, denn ansonsten würde es nur einmal durchlaufen. Jo, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ansonsten kannst du dir noch einen weiteren Workflow-Tipp in DaVinci Resolve hier anschauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis dann, Kameramagier. Ciao.